Nein, bitte! Ist ja aber auch, anstatt es einfach weiterzufahren, freiwillig aussteigen. Die Deppen. Ihr vollidioten. Na komm. Alter. Such dir einen Job! Wenn du nur wüsstest. Wo hast du denn Trauer da? Stratte nonstop! Na komm. Na komm. Weiter. Na. So. Sind es schon mal 150. Ich könnte auch die scheiß Dinger hier machen, aber das sind so... Wie während eines Ereignisses. Was denn für ein Ereignis? Passiert irgendwas? Oder ist irgendwas passiert? Ich muss mich nächstes Mal bei MJ entschuldigen. Naja. Sagen Sie ehrlich. Sehe ich eigentlich fett aus in meinem Dress? Ach, sie... sie haben gesagt, sie tun mir weh, wenn ich dich nicht rufe. Verzeih mir. Okay, unsere Falle... Nette Gaunerei. Aber Punktabflug in der B-Note. Zisch ab! Ja. Welche Schubel haben denn auch diese Idee? Ja, Alter, das war grad geil. Und beim nächsten Mal prüft besser vorher, ob das Hopper ein Superheld ist. Richtig. Sollte diese Falle für mich sein? Hoffentlich tut's weh. Hören sie dir! Sag gute Nacht, Schatz. Na? Alter. Du wirst noch jemandem wehtun. Ich krieg dich... So. Da hast du's. Da kriegst du's richtig. Ich... Okay. Ah. Ding, ding! Jetzt hau schon ab, Mom! Ach, ich bin fertig? Okay. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Geh in dein Apartment. Okay, das war's. Na gut. Wenn wir jetzt schon hier sind. Wäre euch euer Leben lieb, wärt ihr nicht hergekommen. Erst wird der Held erledigt. Dann sind wir... Ah, nochmal. Eigentlich auch. Gleich ein bisschen. Auf bei mir. Äh! Boah. Ey. Okay, leck mich. Mann, du bist echt ein Nichts. Hat der mich grad geleidigt? Denn jetzt schöner. Du bist so tot. Ich mach dich fertig. Alter. Wie ist denn mit dir ein Scheißflaschen werfen, ey? Das ist so schlecht, ey. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Können wir nicht mit zu einem anderen Sagen? Hör auf damit. Sucht euch doch was Krisensicheres. Danke. Okay. Ab ins Apartment. Wo wahrscheinlich wieder nicht klappt. Und dann, naja. Egal. Kommt. Schon wieder gegen die Wand. Ich hätte vielleicht beim Krankenhaus vorbeischauen sollen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert und nicht beim Krankenhaus. Ne, Quatsch. Ich hab mal volle Energie wieder. Du vergesst es. Der nette Schlinger. Ich... Dass ich immer gegen so eine dänische Hauswand klatschen muss. Na, komm. Wie schneller ich werde, umso mehr klatschig. Wo ist denn... Äh, Alter. Das Apartment kann noch nicht so ewig weit weg sein. Jetzt bin ich dran vorbei. Okay, da sind wir. Trautes Heim. Glück allein. Hi, Peter. Ich hab darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Wir müssen miteinander reden. Treff mich in unserem Restaurant. Nun... Immerhin redet sie wohl noch mit mir. Ich werde mich bei ihr entschuldigen. Oh. Mit Zeitdruck. Schnell. Nicht gegen das Ding jetzt. Oh. Komm schon. Alter, du willst mich echt ärgern jetzt, ne? So. Da bin ich. Na. Klack. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Pass auf! Wow. Ah, Parker. Richte was für mich aus. Wenn du dieses Mädchen lebend wiedersehen möchtest, sag deinem arachnoiden Freund, ich erwarte ihn um 3 Uhr heute Nachmittag am Uhrenturm. Allein. Uhrenturm. Ja, und schon wieder in der Zeit, wo ich es liebe. Ach, komm schon. Theaterdistrikt. Nicht durch den Park, sondern außen so. Ah, nein. Ich klatsche. Mann. Ey, das geht mir jetzt nicht auf den Nerven, ey. Vor allem in die Mission mit dem Unter-Scheiß-Zeitdruck, ey. Okay, das macht, glaube ich, nichts. Oder doch? Kann ich's noch schaffen? Ich kann's noch schaffen. Wohin? Wohin? Da hoch. Schnell. Nein. Oh, Gott sei Dank. Das ist der Uhrenturm. Okay, Doc. Ich bin hier. Keine Uhr. Ist sie? Oh, sie ist sicher. Im Moment. Warum kommst du nicht und holst sie? Okay. Keine weiteren Stops mehr. Bis zum letzten Halt. Das stelle ich mir wieder... Ach, fuck, nein. Da kann ich mich dran erinnern. Das ist scheiße. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Oh, nein. Nicht. Ich muss... Auf den Zug. Auf den Zug. Okay. Da bin ich schon mal. Ah. Shit. Dein Leiden hängt gerade erst an. Ah. Mary Jane hat nichts getan. Nein, nein, nein. Hat Rosie etwa was getan? Hat sie? Ach, komm. Ah. Scheiß Steuerung schon wieder, ey. Langsam frage ich mich echt, was ich an dem Spiel gut fand. Ich hab deine Frau nicht getötet. Du hast nicht nur Rosie getötet, sondern auch mein Leben zerstört. Füg dich dem Schicksal. Nein. Ja, natürlich. Natürlich. Komm. Ach, Mann. Deine Unschuldsbekundungen machen mich krank. Alter, willst du mich verarschen jetzt? Schicksal. Hallo. Scheiß Spiel. Raff dich mal. Danke. Okay. Okay, das wird schon mal nichts wahrscheinlich. Ich werde sie töten. Ich komme aber auch... Tu es nicht, Octavius. Das ist Rosie. Ja, natürlich. Nicht selbstständig wieder. Insekten wie dich muss man sein. Alter. Das ist so ätzend. Ein hoher Geschmack auf das, was dich erwartet. Ja. Ja. Weg mit dir. Alter. Äh. Ja. 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 Ich verlasse dich. Nein. Hopp. Stirb, stirb, stirb. Hab ich ihn. Gut. Nein. Nein. Okay. Aber das sollte ich dann doch hinkriegen jetzt. Elende Kreatur. Ach, komm. Elende Kreatur. Ja. Oh, ich hab ihn erwischt. Hab ich ihn erwischt? Ich hab ihn erwischt. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Ich muss diesen Zug stoppen, sonst werden alle sterben. Okay. Zieh. Komm schon. Weiter, 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 weiter. Oh. Steht. Huh. Das war im Film aber cooler. Zurück. Ich muss etwas mit eurem Retter regeln. Ja. Scheiße. Wir haben ihn. Natürlich. Und jetzt zum Abschluss unseres Geschäfts. Das Tritium ist hier drin. Schön, ein letztes Mal mit dir Geschäfte gemacht zu haben, Osborne. Ich kümmere mich jetzt wieder um meine eigene. Bevor ich dich töte, will ich sehen, wer du bist. Peter? Wie kannst du Spider-Man sein? Wie kannst du Spider-Man sein? Spider-Man hat Vater getötet. Vater hat dich geliebt wie einen Sohn. Wie einen Sohn. Harry, wir haben keine Zeit. Octavius hat MJ. Du musst mir sagen, wo er ist. Ich muss sie retten. Mary Jane. Octavius hat an einem alten Pier ein Labor eingerichtet. Woher weißt du das? Sie ist vermutlich dort. Wir reden später, Harry. Versprochen. Ja, und wieder mit Zeit. Oh nein. Ich tue gar keinen Bock drauf. Okay, wir kommen aber dem Ende langsam näher. Muss ich zugeben. Bitte sei okay, Mary Jane. Wenn ich es hinkriege. Problem Nummer eins ist, ich habe jetzt schon kaum Energie. Na komm. Was dann, Spidey? Was dann, hä? Der passiert schon nix. Och Gott. Endlich will ich das noch gar nicht machen. Ich wollte vorher noch mal speichern. Okay. Endlich. Mein Meisterstück in neuem Glanz. Rosie, wenn du es nur sehen könntest. Groß. Er hat es viel größer gebaut. Sehr gute Idee. Hat beim letzten Mal ja super funktioniert. In klein und jetzt in groß. Wird es auf jeden Fall noch viel besser funktionieren. Keine Sorge, MJ. Ich hole dich hier raus. Vorsicht. Das hätte der Spinnensinn aber hinkriegen müssen. Eigentlich, ne? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist einer. Aber wie viele von denen hat er hier drin überall verteilt? Naja. Ach, noch. Ja. Peter! Nein, nein. Das kriege ich hin. Nicht aufgeben, Peter! Den habe ich schon, ne? Fünf. Oh oh. Toll. Was wäre ein außer Kontrolle geratener Fusionsreaktor schon ohne Plasma-Stöße? Das ist eine gute Frage. Ah. Pass auf! Das hätte ich sehen müssen. Gut, ich habe... Oh nein. Ich habe kaum Energie. Das ist schlecht. Vier. Drei. Ich würde jetzt erstmal gerne warten. Oh nein, da ist Dock-Off. Komm schon. Ja, das war so klar. Ach gut. Okay, wir probieren es nochmal. Das überspringen wir. Oh oh. Das ist einer. Aber wie viele von denen hat er hier drin überall verteilt? Noch acht. Nicht erfuhren. Bäh. Wie ich da ausweichen soll, das frage ich mich bis heute noch. Bis heute. Bis... Alter, das war doch gerade nicht so schlimm, ey. Toll. Was wäre ein außer Kontrolle geratener Fusionsreaktor... Das kannst du nicht machen. Die Stadt wird zerstört. Heute wirst nur du zerstört. Mörderische... Ach so, wenn ich da runterfall, bin ich auch K.O. Okay. Okay. Das merke ich mir. Alles klar. Nö. Nö. Ist schon okay. Das ist einer. Aber wie viele von denen hat er hier drin überall verteilt? Sieben. Das lief doch gerade besser, ey. Natürlich. Nicht aufgeben hierher. Na klar. Toll. Was wäre ein außer Kontrolle geratener Fusionsreaktor schon ohne Plasmastöße? Äh. Shit, 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 shit. Drei. Weiter, weiter, weiter. Schnell. Okay. Noch zwei. Da ist er schon. Das ist die Frage. Na komm. Ne, ist klar. Da hängt natürlich auch noch eins an der Decke. Ich sollte die vielleicht zuerst machen, ne? Dein Leiden fängt gerade erst an. Das ist blöd. Hier zum Beispiel. Ach, komm. Okay. Pause. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und dann das Finale. Bis dann. Ciao. Das ist ein alles.